Hallihallo, wir sind mal wieder hier am Strand unter. Das ist unser Strand, wo ganz ungefähr nur 2 Minuten von unserem Haus ist. Lert ist das Meer. Wir gehen später noch wieder leben, aber zuerst bauen und schiessen für Louis und den Radar. Es ist sehr, sehr nass. Aber wie sieht es, es macht ihnen nichts aus. So lange ich die Säcke im Züge machen kann, ist es gut. Dort kommt Louis. Komm Louis, komm komm komm. Meine Bauern ist voll gegangen. Das Lustige mit Louis, dass man nie die Bauern hergebt, sonst muss man sie herzuschissen. Das ist ein wenig das hier unten. Das ist genau ein ganz schönes Platz. Jetzt im Moment ist noch niemand da. Aber im Sommer sind vielfach viele Leute da, die dort auf diesen Ständen breteln. Das ist ja auch ein Stand. Von dem kannst du ankommen und breteln und einfach ein Meer sein. Okay. Das ist mal englisch von dort. Wenn ich zum Meer gehe, komme ich englisch zurück.